so ich muss diese verdammte abriegelung aufheben es ist meine einzige chance das zu retten was von meinem sohn übrig ist die quelle des signals scheint sich in einem alten hotel das sich über dem gebäude erhebt zu befinden ich gehe dorthin okay das heißt wir müssen hier wieder raus aus der nummer virtual reality salon da bin ich schon mal gespannt bin gespannt bin gespannt warum wie wir hier rauskommen weil die tür nicht aufgeht mist ich habe immer noch keine nacht ich bin immer noch in der virtuellen realität gefangen ich bin noch gar nicht raus wie lange streamst du heute eigentlich ich werde wahrscheinlich das spiel auf jeden fall mal durch spielen ich weiß nicht wie lange das noch geht aber und dann mal schauen wie lange ich noch streame wie komme ich wie kommen wir denn jetzt hier raus ich bin ich bin immer noch in der vr drin das kann nicht anders sein input level power tschüss power olli danke fürs zuschauen schlaf gut kann ich hier noch mal rein in das ding hier ne müssen wir denn hin hier geht es nicht runter hier geht es auch nicht runter ähm da ist auch zu was 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 okay wir gehen wir gehen mal nach oben es kann ja kaum noch schlimmer werden wer mit ich Okay, ein Aufzug. Aha. Ja, ne. So, wir wurden noch schnell entseucht. Und jetzt sind wir in Chiron Industries. Na, Schatzi? Ach, die so doof grinst. Das ist echt unglaublich, dass ein Mensch so doof grinsen kann. Okay. Dann lesen wir doch mal, was das Neues gibt. Hier ist sie. Die Quelle all diesen Wahnsinns. Was auch immer die Abriegelung verursacht hat, lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alles klar. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Quelle allen Wahnsinns. Ich bin so gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Das ist echt. Ich bin da so gespannt drauf. Äh, ja. Er hat sich bestimmt auch gefreut. Das sind wirklich die verdammten Fagen. Wurde es ihnen sowieso schon ausgesetzt. Oh, Mann. Können wir denn hier sonst noch irgendwo... Ich bin so auf das Ende von diesem Game gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das noch... Wie lange das Spiel noch geht. Ob das hier vielleicht schon die letzte Folge ist oder... Ob es noch ein paar werden. Ich kann es echt nicht sagen. Das Spiel überrascht mit immer mehr Wahnsinn. Äh, ja. Ähm. Hallo? Was ist hier passiert? Warum sind die Leute in Kapsälen? Sie haben uns in. Die Böden! Wir sind nicht even sick. Wir sind nicht weg. Wir sind weg. Wie ich öffne die Kapsälen? Ich denke, es ist eine Kontroll-Rune nebenbei. Just follow die Licht. Ich werde es wieder tun. Wenn du mir helfen kannst, bitte. Mein Vater ist noch da. His Vater... Er ist verrückt. Er ist verrückt. Er ist schade. Er ist schade. Er ist schade. Er ist etwas zu unserem Kind. Du kannst das passieren. Wenn ich ihn finden kann, ich werde ihn aus. Danke. Du hast immer so ein guter Junge gewesen. Was hast du gesagt? Oh Mann. Es ist sehr einladend mit den Totenköpfen hier. Nach dem Hochmut kommt der Fall, ne? Wie war das? Nach dem Hochmut kommt der Fall, ne? Wie war das? Wie war das? Okay. Okay. Manche Patienten zeigen keine Symptome. Hallo? Hallo? Okay. Okay. Ich gehe jetzt hier rüber wieder. Fange mich gerade. Okay. Ja, der ist jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen ihm einfach mal hinterher. Wir latschen mal einmal um den Block hier rum. Mal gucken, ob hier irgendwas ist oder so. Oh. Sieht aber nicht so aus. Okay. 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 Mal fallen da oben. Okay. Mal fallen da oben. Mal fallen da oben. Okay. Mal fallen da oben. Mal fallen da oben. Boah, warte, ey, stell dir mal vor, das wär wirklich so in der Zukunft. Da hast du doch keinen Bock drauf, ey, was ist denn das für ein Leben? Was ist denn das für ein Leben? Okay, der muss hier vorbei gehen und dann gehen wir nach rechts. Hallo? Da sind schon wieder so Pixelstörungen. Hallo? Kann ich mir hier ne Pille reinpfeifen? Oh Gott, wieso bewegt er sich denn jetzt nicht mehr? Ich stehe da rum. Okay. 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 Okay, der ist da stehen geblieben. Okay. 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 Hallo Dragona, guten Morgen. Jetzt läuft er wieder, der Held vom Erdbeerfeld. Der Held vom Erdbeerfeld. Wie kommt der denn jetzt von links, der kam doch gerade erst von links. Wie geht der denn? Der Held vom Erdbeerfeld. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Da muss der jetzt auch zurückgerannt kommen. Oh. 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 Und du blöd Mann. Aua. Mist. Okay, war eine kacke Idee. Eccles is her. Eccles is her. Oh ne! Der Typ sieht aber auch so was für fertig aus. Wieso geht es denn jetzt da nicht durch? So was Blödes. Okay, gehen wir mal hier lang. Ich hab noch nicht so richtig den Durchblick wo ich eigentlich am Ende hin muss. Ich glaube wir waren eben schon ziemlich nah dran, aber wo ich genau hin muss, keine Ahnung. So, da kommt Stapfi. So, jetzt geht Stapfi nach rechts weiter. So. Wack. Das Ding ist wieder hier hinter. Ich hoffe das geht gut. Uh, das war knapp. Scheiße. Ach man. Wie kommst du denn an dem vorbei? Ja. 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 Das war's. Wie ist der denn jetzt da runtergekommen so schnell? Der portet zwischendurch, habe ich so den Eindruck. Naja, der ist gerade verschwunden und ist woanders hingespawnt. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. Oh, bitte lass das funktionieren. Ich guck gar nicht nach hinten. Geh auf, blöde Tür. Gott sei Dank. Wir sind hier erstmal los. Ähm. Ah. So. Lauf. 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 Lauf klingt immer scheiße. Ähm. Ich lauf. Ich lauf. Wir laufen. Wir laufen. Laufen ist besser. Habe ich mir gerade so überlegt. Oh man. Schieb mal den Server weg. So, weg da. Das Efeu, was macht denn jetzt das Efeu hier? Echt, das ist so krank. Dieses Game ist einfach nur sowas von krank. Komm ich hier vorbei? Nee. Okay. Ähm. Alles wieder gerade rücken hier. Mein Gott, normal. Ey, guck dir, ey. Ey, ist das ein Design, ey. Hammerhart, ey. Hammerhart. Mm-mm-mm. Unh. Uh-oh.